was geht was geht ja ich wollte mal so ein q&a machen habe ja lange nicht geredet mit euch im stream war ja immer nur so vorlese krims krams aber heute dachte ich unterhalte ich mich mal ein bisschen mit euch ich finde es muss auch mal sein so unterhaltung ich bin zwar nicht so unterhaltend aber ich unterhalte euch gerne also mit meinem unterhalt wenn wir uns unterhalten was egal ansonsten würde ich jetzt direkt mal loslegen und zwar bist du ein junge ist die erste frage ich bin trans nicht binär genderfluid das bedeutet ich bin weder junge noch mädchen ich bin quasi etwas dazwischen gibt es kramotten in denen du dich gar nicht wohlfühlst also ich persönlich fühle mich in kleidern sehr unwohl und in röcken aber in allen anderen klamotten fühle ich mich eigentlich sehr wohl ich mag vor allem sehr gerne oversize tragen weil ich trage nicht so gerne bein da die sind mir sehr unangenehm die schnüren einem die die luft irgendwie ab und ja das ist einfach nur unbequem so ein bein dazu tragen und deshalb ist es umso schöner wenn man weite klamotten trägt weil dann muss ich habe eine kleine brüste deswegen muss ich dann kein bein da tragen ja wie ist es mit deinen geschlechtsmerkmalen fühlst du dich da manchmal unwohl also ich fühle mich mit meinen geschlechtsmerkmalen meistens nicht unwohl also in den meisten fällen aber wenn ich sex mit frauen habe dann schon also kommt darauf an mit wem aber in der regel denke ich dann schon so aber ich möchte einen schwanz haben kennt ihr dieses dieses meme aber ich will einen schwanz haben also ich habe das gefühl dass ich beim sex mit frauen gerne ein cis man wäre mit einem penis und ich habe das gefühl dass also die leute sagen ja dann so ja dann nimm doch einfach ein strap on so aber das ist ja nicht das gleiche weil wenn ich mit meinem eigenen penis jemanden penetriere dann fühle ich das natürlich auch wenn ich jetzt ein strap on nehme dann fühle ich das nicht und dann ist die argumentation ja dann nimm doch ein wo auf beiden seiten quasi so ein ding ist aber dann würde das ja bedeuten das impliziert ja dass ich auch penetriert werden würde und nicht jeder mensch möchte penetriert werden aber vielleicht penetrieren so und jetzt habe ich das wort penetration sehr oft verwendet ja und das ist halt das ist auf jeden fall so da fühle ich mich manchmal so unwohl und denke mir nur so ja das irgendwie doof also könnte besser sein kann man machen muss man aber nicht aber wie gesagt das ist für alle unterschiedlich eben wurde ich auch gefragt wie fühle ich mich gibt es irgendwelche klamotten in denen ich mich unwohl fühle und auch das kann für jede nicht binäre person komplett anders sein es gibt nicht binäre menschen die tragen gerne kleider und röcke es gibt nicht binäre menschen die hassen das es gibt nicht binäre menschen die lieben ihre brüste oder ihre vagina oder ihren penis und es gibt menschen die verabscheuen diesen das kann man halt überhaupt nicht über einen kampf scheren oder sagen das eine so oder das andere so dass eines richtig oder falsch es bedeutet halt nur dass ich mich nicht unbedingt auf dem spektrum sehe wo ich nur man oder nur frau bin und das kann für jeden etwas anderes bedeuten jeder mensch ist gut so wie er ist oder sie oder way und eine frage war ob ich testo nehmen möchte ich kann mir gerade nicht vorstellen für mich dass ich testo nehmen wollen würde also testosteron es gibt aber nicht binäre menschen die das machen und das ist halt es gibt keine regel also ich zum beispiel ich möchte wieder meinen körper verändern also ich möchte wieder die brust abnehmen lassen noch testosteron nehmen aber für andere menschen ist das zum beispiel sehr wichtig die fühlen sich mit ihrer brust mit einer weiblichen brust zum beispiel sehr unwohl ich äußere meine geschlechtsidentität eher mit meiner energy und mit meiner frequency und vor allem zeige ich das in klamotten die ich trage eben hat jemand gefragt ob meine geschwister mich schwester nennen dürfen also damit habe ich zum beispiel gar keine probleme ich liebe meine geschwister über alles und für die bin ich immer noch mal deren schwester das also für die bin ich immer noch deren schwester oder halt deren geschwister kind und ich würde jetzt nicht sagen dass ich dass ich das unangenehm finde mit welcher flagge identifizierst du dich am meisten also ich mag die progressive flagge die hier in meinem hintergrund ist voll gerne ich mag die rainbow flag weil diese zwei flaggen die fassen für mich alle flaggen zusammen also gerade die progressive flagge da geht es ja um um das trans spektrum es geht um sexualität es geht um verschiedene herkünfte verschiedene hautfarben und das bedeutet für mich einfach nur wir sind alle gleich wir sind alle menschen und wir sind alle vor allem gleichberechtigt auch wenn du schon tausendmal die frage bekommen hast aber auf welches klo gehst du also ich sage euch ganz ehrlich ich fühle mich auf beiden toiletten sehr unwohl ob ich jetzt auf der mädchentoilette bin oder auf der jungen toilette das kommt immer ein bisschen darauf an auch was ich anhabe aber ich fühle mich bei beiden immer beobachtet kritisiert und einfach einfach fehl am platz wenn ich beim mann bin sind die leute geschockt wenn ich ihnen wenn ich in der männer toilette bin sind die menschen irgendwie geschockt wenn ich eine frauentoilette bin irgendwie auch und meistens wechsle ich das ab ich gehe oft eher auf die frauentoilette weil ich angst vor verurteilung habe und weil ich mich da vielleicht sicherer fühle und eher blicke abbekomme als vielleicht gewalt oder sprüche aber wenn jetzt zum beispiel das klo überfüllt ist gehe ich aufs männerklo oder wenn ich sehe es sieht mich keiner dann gehe ich aufs männerklo in neuseeland war das total cool da gab es keine geschlecht geschlechtlich getrennten toiletten man muss dazu sagen in neuseeland leben keine ahnung vier vier million menschen und deswegen brauchen die halt nicht so viel platz und da gab es einfach einzelklos also es gab halt einfach eine toilette und da konnte man reingehen und da stand nicht irgendwie mann oder frau vor sondern ja du gingst da halt rein und hast dein geschäft erledigt und fertig und das finde ich schön weil dadurch fühle ich mich nicht so als ob ich mich automatisch outen muss oder als ob ich mich irgendwas zuordnen muss und vor allem fühle ich mich sicher weil niemand anderes auf diesem klo ist erkennst du die ganzen geschlechter an ich erkenne und akzeptiere alle geschlechtsidentitäten denn warum auch nicht also warum sollte ich einen menschen verurteilen aufgrund deren geschlechtsidentität und warum interessiert es mich überhaupt als was sich jemand anderes identifiziert also eigentlich kann mir das ja egal sein denn das betrifft mich ja jetzt nicht direkt als was du dich identifizierst was hast du für ein spiel alter als schauspielerin also 16 bis 26 sage ich immer so was ist deine meinung wenn man aufs aussehen schaut also ich glaube niemand kann sich davon freisprechen dass man nicht aufs aussehen achtet aufs äußere findet das äußere sagt sehr viel über einen menschen aus also wie kleidet sich jemand was was ja schminkt die person sich schminkt die person sich nicht oder hat die person lang oder kurze haare oder was zieht die person für sachen an wie gestikuliert diese person und vor allem gestik und mimik also körpersprache sagt ganz viel über dich aus und ich finde jeder mensch hat auch eine aura also wenn ich einen menschen sehe und deren äußeres sehe sehe ich ganz viel über deren inneres ich sehe ob ein mensch sicher ist oder unsicher ich achte darauf in welcher tonlage jemand spricht wie oft jemand blinzelt wie oft jemand lächelt oder ob die person sehr gerade steht oder sich eher klein macht und das sind ja alles sachen die gehören zum äußeren dazu also abgesehen davon ob jetzt jemand hot oder nicht hot ist hot oder schrott aber deshalb ich achte auf jedenfalls aufs äußere und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm ich finde das zum beispiel sehr wichtig jemanden zu daten der sich pflegt also ne der auf sein äußeres achtet das bedeutet jetzt nicht dass die person sich unbedingt rasieren muss sondern einfach jemand der ja duschen geht und so und weil hygiene wichtig ist und wenn du zum beispiel hygiene nicht betreibst dann ist das ja auch so eine form von ich bin mir selbst egal oder wenn du dich schlunzig kleidest dann ist ja dein ja dein äußeres in dem sinne egal und ich möchte zum beispiel nicht mit jemand zusammen sein der sich gehen lässt sondern eher jemand der dem es wichtig ist dass man eben sauber ist und so hey fühlst du dich dann eher zu frauen oder zu männern hingezogen und bist du vergeben oder triffst du gerade eine einen also ich fühle mich bin pansexuell und ich fühle mich zu allen geschlechtern hingezogen frauen sind natürlich sehr oberkrass sexy aber ich mag alle menschen und das hat aber nichts mit meiner geschlechtsidentität zu tun also ich bin nicht in einer beziehung ich bin nicht vergeben ich bin single ich date aber ich bin nicht in einer festen beziehung hi kurze frage bist du gegen heterosexuelle nein ich bin nicht gegen heterosexuelle menschen ich akzeptiere alle menschen auf dieser welt und ich habe auch schon heterosexuelle partner gehabt die natürlichen eigentlich in einer queeren beziehung waren aber mich als frau gesehen haben was natürlich ein bisschen unangenehm unangenehm war aber ja ich finde man sollte nicht gegen irgendetwas sein außer vielleicht gegen rassisten und homophobe menschen gegen sexisten also das sind einfach menschen die muss ich nicht supporten die brauche ich nicht in meinem leben aber warum sollte ich gegen heterosexuelle menschen sein das macht doch gar keinen sinn also ich weiß doch selber wie es ist wenn man diskriminiert und ausgeschlossen wird warum sollte ich dann im gegenzug jetzt sagen so ja uno reverse jetzt wirst du mal diskriminiert macht doch gar keinen sinn für mich lässt du eine mastektomie machen also manchmal denke ich so ja vielleicht ja doch aber dann entscheide ich mich doch dagegen also ich persönlich habe sehr sehr habe eine sehr krasse unsicherheit was narben betrifft und ich fühle mich sehr unwohl wenn ich narben habe und die mastek könnte halt implizieren dass ich dann krasse narben haben werde und außerdem finde ich ich bin halt also ich finde ich werde halt sehr geil an den brüsten sagen wir so einfach mal so raushauen und wenn ich jetzt meine brüste abgenommen bekommen würde dann würde ich eventuell nichts mehr spüren an den nippeln und das wäre scheiße weil dann wäre der sex vielleicht nicht mehr so gut und das sind schon mal zwei gründe zwei minus punkte warum ich keine mastek haben wollen würde und meine brüste sind sowieso nicht so groß und deshalb stören sie mich nicht sie sind halt da und immer da immer nah provinzial so dafür kriege ich jetzt aber geld ne provinzial hallo hallo das verschleich werbung hast du only fans wenn ihr wollt kann ich einen machen aber da werden keine nacktbilder zu sehen sein sondern nur so fotos von mir in unterwäsche würdet ihr dafür abonnieren wenn ja dann kann ich gerne ohne fans machen fühlst du dich manchmal femininer oder maskuliner wie gesagt das ändert sich von tag zu tag aber meistens eher maskuliner wie würden dich deine freunde beschreiben ich würde sagen verrückt empathisch weird as fuck extrovertiert aber auch sehr introvertiert und an sich sehr komisch ja aber sehr liebevoll und gebend